In diesem Video lernen Sie die Lebenszyklusanalyse kennen. Wir beginnen mit der Break-Even-Linie sowie den Phasen Entwicklung, Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung sowie Rückgang. In der Entwicklungsphase wird ein Produkt entwickelt und getestet. In dieser Phase wird kein Umsatz generiert. Im Gegenteil fallen Kosten für die Entwicklung an. Wir haben hier noch keinen Gewinn, sondern einen Verlust. Das Produkt wird im Markt eingeführt und generiert noch wenig Umsatz, da dieses noch wenig bekannt ist. Hohe Werbekosten wirken sich negativ auf den Gewinn aus. In der Wachstumsphase steigt der Umsatz an und es wird in der Regel die Nutzschwelle, der Break-Even, erreicht. Ein reifer Markt zeichnet sich durch ein sehr schwaches Wachstum aus. Die Umsatz- und Gewinnkurven sind häufig im Maximum. Die Sättigungsphase unterscheidet sich von der Reifephase dadurch, dass die Produkte einen spürbaren Rückgang von Umsatz und Gewinn ausweisen. Der Umsatzrückgang beschleunigt sich und der Umsatz fällt zusammen. Das Produkt verschwindet vom Markt. Hier noch die Zusammenfassung. Die Sättigungsphase Die Sättigungsphase Die Sättigungsphase